Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgens Jakob von Infraktor und ich bin wieder in Star Wars Republic Commando. Spiel mal weiter. Einer weniger, Boss. Achtung, Geld ab! Das war's. Ich werde da. Kinder, hier verbrennen nur Munition. So geht das. Dann finden Sie den Weg zum nächsten Schluch. Das wäre halt ein bisschen einfacher, wenn man eine Karte oder so hätte, gell? Mit äußerst aus der Infusion terminiert. Das ist ein Ex-Find. Der ist schon tot. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Los! Licht, zwei am Boden. Licht, zwei am Boden. Licht, zwei am Boden. Sie, Bacta, jetzt! Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Danke für die Hilfe, Delta. Ich bin okay. Gehen wir. Wir haben alle gute Vital-Naguten. Gehen Sie in Position, Täter. Ja, Sir. Das ist alles ganz lustig hier, aber... Ich suche mal die andere Nasebeere. Die gammeln irgendwo da hinten rum. Position ändern, Delta. Bereit, Sir. Gehen wir weiter. Roger, rücke vor. Ja, auf, Kinder. Mitkomme. Der andere ist, brauche uns. Weiter, den Weg. Ich schätze, wir müssen uns durch das Wrack sprengen, Sir. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Roger, platziere Sprengsatz. Ich habe mir doch schon gedacht. Noch noch ein paar Sekunden. Wir haben hier Dios, Delta. Sprengsatz ist scharf. Auf ihr Zeichen, Sir. Deckung, Deltas. Vorwärts, Delta Team. Bin in Position. Ich weiß ja, die Alienwaffe... Preziser Schuss, Sir. So wirklich überzeugt, ob mich die Alienwaffe hat? Abschluss bestätigt. Schluchtern des Todes. Ja, die Heisen halten, Delta. Die Heisen halten nie. Dass wir einfach, wo die Feinde sind. Und geht mir aus dem Weg. Schluss mit dem Gequatsche, Sieben. Los. Vorsicht, feindliches Schiff. Keine Sorge, die suchen nicht nach uns. Von hier haben wir freies Schussfeld. Ja, Sir. 3-8. Wollen wir nicht über jemanden, der gerade ausschießen kann? Auf, Schuss, Schau. Schuss, Schuss, Schuss. Schuss, Schuss, Schuss! Schuss, 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 Schuss! Ich hab mal Entrücksehn. Ach. Schuss, Schuss! Ah, frische Polizei! Schuss, Schuss! Schuss, Schuss! Schuss! Oh Gott. Bin unterwegs. Lade nach. Ab. Wir haben den Wehrbuch. Tod. Kämpfer. 4-0 wieder auf 100%. Bagda-Prozedur einleiten, Delta. Bin unterwegs. 4-0 wieder auf 100%. Sie, Bagda. Jetzt. Ja, Sir. Bin unterwegs. Munitionsknappheit. 4-0. Defensivvektor. Extrem schlechte. 0-7 ist einsatzbereit. Position ändern, Delta. Kann ich den ganzen Tag machen. Hol Bagda. Ich mach das grad von hier hinten, weil das ist ja ein Schlauchlevel. Und an bestimmten Stellen triggern eben neue Gegner. Wenn ich jetzt aber hinten stehe und gebe von hier aus, halt euch mal da vorn. Löst sich ja den Trigger nicht aus, weil ich ja nicht hinlaufe. Ist zwar jetzt nicht unbedingt, ja, im Sinne des Erfinders, aber ich hab keine Muni mehr und ich will ja auch nicht ununterbrochene Gegnerhorn wieder mähen müssen. Ähm, einen Haufen Schwerverletzte. Also einen Haufen. Drei. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Geh in Position. Röcher zu ihrem Ziel vor. Zielbereich in Sicht. Geh in Position. Allzeit bereit, Sir. Kein Problem. Nimm. Nimm das, Mark. Nicht hör mal, Lieder. Gute Arbeit, Delta. Gegner anborden. Drei. Hörrecht. Ich muss nachladen. Hey, weil die Lüge sind in Ordnung. Drücken wir mal weiter vor. Da ist das Geschütz, Team Leader. Wir sind jetzt am Geschütz. Da scheint eine Öffnung darunter zu sein. Verstanden. Missionsparameter werden aktualisiert. Drei Acht. Gehen Sie rein und deaktivieren Sie das Geschütz. Okay, Team. Gehen wir rein und räumen wir ein bisschen auf. Hexler am Boden. Hexler am Boden. Bagta-Prozedur einleiten. Ohne Bagta. Ohne Bagta. Bagta verabreicht. Genehmigen Sie sich etwas Bagta. Ich habe Scorch verloren. Delta, holen Sie Ihren Kameraden zurück. Genehmigen Sie sich etwas Bagta. Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Alles klar, Sir. Ich muss nachladen. Sie haben Fixer. Ich hab's erwischt. Den Boss hat's erwischt. Wiederhole, den Boss hat's erwischt. Blech belissen. Ich brauche Hilfe. Kommando. Durchhalten, Boss. Ich muss erst die Feinde erledigen. Superkampf-Droiden. Scorch wurde getroffen. Bagta-Prozedur einleiten. Delta. Bagta ist was Herrliches. Kümmert sich bitte jemand um ihn. Nein. 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 Bumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagta, Soldat. Ja, Sir. Wann geht's los, Boss? Der Delta muss wiederbelebt werden. Schnell. Fixer braucht Hilfe. Mehr unterwegs. Wir machen die Klapperkästen rein. Wir werden die Viertel. Die Klapperkästen rein. So, 6-2 muss nachhören. Ich helfe 4-0! Kümmert sich bitte jemand um ihn! Bacta-Prozedur einleiten, Delta! Ohne Bacta, Sir! Ohne Bacta! 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 generator! Yes Sir! Okay alles klar! Bacta!" Bacta! Bacta! Wo ist denn der andere? Ach der liegt da? Ich muss gerade weg! 07 Wir brauchen Hilfe! Bin unter weg! EAD sind sichern! 1 Runde weniger! Wir sind sicher! Wir sind weiter! Muskeln abladen! 6-2 hat was abgeträgt! Zerstört diesen Drohinen! Guter Schüsse! Ich muss kurz weg! Drohinen! Wiederbelegung initialisieren Delta! Ich helfe Delta 6-2! Sie! Bagda! Jetzt! Ohne Bagda! Alles klasse! Delta Team! Machen wir es von hier aus! Ja, Sir! Regen zwei noch nach nach! Nein, der eliminiert! Ich bin wieder okay! Genehmigen Sie sich etwas Bagda! Ende Mai! Warum kann ich die denn jetzt entnehmen? Warum kann ich die denn jetzt entnehmen? Bagda ist was Herrliches! Genehmigen Sie sich etwas Bagda! Bagda Befehl widerrufen Delta! Was ist denn, Sir? Los, los! Gehe in Deckung! Gönnen Sie sich ein bisschen Bagda Delta! Bin schon unterwegs, Sir! Zustand normal! Delta Team bei 100 Prozent! Ich gehe das jetzt von allein auf! Müssen wir ins Loch reinsprengen! 3-8! Fragen Sie die Zentrale, wann wir mal wieder jemanden eliminieren dürfen! Ah, ich muss nur dicht da ran laufen! Okay! Der Himmel gehört uns! Gut! Bewegung! Bunker infiltriert! Team Leader, finden Sie die Kontrollsysteme des Geschützes und initialisieren Sie die Deaktivierung! Deaktivierung initialisieren! Wir sollen es hochjagen! Wir sollen es hochjagen! Nur Arbeitsverhalten! Föderationskreuz! Einer weniger! Bleiben noch tausend! Abschluss bestätigt! Ohら! 졸 Ja! Wir haben hier einen Lademechanismus gefunden! Roger Delta! Suchen Sie eine Schmerfstellung aus ? Und platzieren Sie ein paar Sprengsätze. Boss, das wäre ein guter Platz für eine Sprengladung. Ich muss nachladen. Räumen wir hier ein bisschen um, Delta. Wir sind unterwegs. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Hole, Bagdad. Maffe, Sprengsätze schaden. Weiß ich in Ruhe in die Brinkseite. Tschüss. Achtung, Granate. Neutralisiert. 4-0, lebt nach. Ich bin ein bisschen, ich bin einfach nicht dumm. Sichert das Fenster mit dem Schild. Sperrt sie aus. Hier ist eine Konsole, Sir. Die Fenstersteuerung. Das Terminal gehört unter. Super, Kampf, Ruiz. Okay, alles klar. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Keine Chance, Sir. Nein, nur jede weniger. Steaf. BenutRadio neutralisiert. Bagdad prozedur einleitet. Da hat er recht. Aber ich würde sagen, ich setze einen Cut und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, ich wünsche euch Spaß. Macht's gut. Tschö.